Hallo miteinander und willkommen zu der 53. Minecraft Let's Play Folge. Wir sind in der letzten Folge hier oben runtergetonnert. Und müssen jetzt wieder da hoch, damit wir weitermachen können. Ähm, ja. So, jetzt fliegen wir sicher wieder runter. Nein, ich habe es geschafft. Und es blitzt und donnert immer noch. Dahinter wechselt es. Das Problem haben wir ja schon in der Folge 52 gehabt. So. Schnell raus aus dem Regen. Es ist mir echt zu laut hier. So. Ähm, den abbauen. Ich gehe schon ein bisschen nicht da her. Ei, normal ist das lustig. So. Ja. Wie uns zum Wunder in der Giebel von dem Dach da kommt. Es geht nämlich ziemlich sicher nicht auf. So wie ich mich kenne. Vor allem haben wir ja da eigentlich schon weniger Breite als was wir da haben. Aber irgendeine Idee kommt man da an, mein Sinn. Aber wir kommen noch recht weit mit dem Holz. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gehen wir jetzt einfach noch jede Runde oben runter oder was? Ah. Irgendwann geht man das Holz da aus. Ah. Eigentlich drücke ich die Schifftaste aber ich fliege genau gleich. So, da gibt es dann schon mal alte Giebel. Nein, du bist kein Giebel. Ich glaube, es ist ein Stück Holzblock. Da aber auch. Vielleicht können wir es hier rein und die Nase rufbar hören. Okay. Da haben wir jetzt noch zwei. Da haben wir einen. Ihr seht, das geht nicht auf. Jetzt wollen wir hier nochmal durchfahren. Okay. Das könnte eigentlich. So. 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 Oh. Und oben drauf jetzt noch ein bisschen flacher. Jetzt noch ein bisschen flacher. Nein. Das sind jetzt genau die zwei, die wir den Räner verbaut haben. Da ist genau abgerechnet, das Club, das wir hier haben. So, jetzt hier ist unser Balkon. Wunderbar, jetzt kommen wir ein bisschen hoch. Dann bauen wir hier mal ab. So, jetzt komme ich hoch. So, jetzt sammeln wir alles in das Holz hinein. Jetzt sind wir uns hier ziemlich dringend um die Leutung kümmern. Ja, dort her will ich auch einig. Dann legen wir in die Ecke nochmal einig. So, jetzt gehen wir in die Wüste, da haben wir weniger Krach. Jetzt sieht das eigentlich nicht so schlecht aus. Jetzt gehen wir schon schlafen und schauen wir uns jetzt mal von aussen an, wie das Ganze aussieht. Moment mal schnell. Ich muss da gleich schnell schauen. Gut. Jetzt ist es gerade gestockt. So, Regen können wir uns jetzt aufhören. Ja, da kommt ein Stegchen vorne raus. Wir brauchen auch ziemlich viel Holz für Stegen. Ja, aber sonst, äh, wir haben eine Uraltura gekämpft, die wir abpflanzt haben. Sonst meint ihr mal, das sieht nicht so schlecht aus. Also ja, das Dach ist natürlich schon noch Chaos pur. Also, so im Allgemeinen kann man es, glaube ich, auch. Jetzt gehen wir gleich nochmal hinten und die Bäume abholzen für das Dach. Dann sehen wir das Haus auch von dieser Seite. Ich würde sagen, da schwimmt ein Holzblock. Aber, da haben wir zwar kein Fenster, aber da gibt es noch eine Schminne darauf. Gut, dann holzen wir da wieder. Wir brauchen jetzt doch noch einiges für diese Stegchen. Die sind dann nicht nur so ruckzuck mit einem Brett gemacht, leider. So, da sind es auch wieder einmal zusammengewachsen, schön. Und vielleicht haben wir den Monsterbaum wieder verwischt. Ähm... Aber abbauen müssen wir das Ding jetzt ja. Ähm... Ja, 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 ja. Jetzt fällt der schon ein Einzelteile. Ich muss mir angewöhnen, nicht so viele Bäume nebeneinander zu pflanzen, sonst ist genau das nicht passiert. Aber jetzt sieht es nicht so schlecht aus, weil wir das bald haben. Ja, ja. Jetzt fällt der schon ein Einzelteile. Ja. Gut. Ähm... Das ist kleiner. Einfach grössere Abstände, Leute. Ich weiss nicht immer, wie viel Abstand es hier bluten, damit die zusammenwachsen, ob es irgendeine Regelung gibt. Oder nein. Dass einer weiss, der muss man das gerne sagen. Aber da sehen wir jetzt mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Abstände, dann wachsen die jetzt auch mal nicht zusammen. Vielleicht ist das schon die Lösung. Aber ich denke, irgendjemand wird mir das noch einmal beantworten können. Oder wir sagen wir, es gibt keine Regelung. Bäume machen, was sie wollen. Obwohl kann man das in Minecraft eigentlich nicht vorstellen, dass die Bäume da wachsen, bis man gleich passt. Manche Bäume sind ja schon toll. Man hat viel Holz, aber es ist einfach mühsam zum Abbau. Das ist halt der einzig Nachteil. Und wir müssen uns hier in den Bäumen herum kämpfen. Mal schauen, hier. Okay. Jetzt hat sich jetzt erst ein Zersetzer dabei zu einem Loch reingelaufen. Weiss es nicht. Jetzt haben wir keine Achse mehr. Ganz toll. Gut. Dann nehmen wir das hier jetzt halt noch von Hand mit. Die zwei Blöcke. So. Jetzt hier alles einsammeln. Jetzt haben wir ja eigentlich eineinhalb Stacks. Ja, wir verarbeiten dann mal das Holz zu steigen. Und wenn wir das haben, dann legen wir wieder weiter. So. Gut. Perfekt. Jetzt kommen wir da... Vielleicht ist es eigentlich, du bist ja wahnsinnig so viel Stäger, aber es braucht ja doch einiges. so ja fast hier so komm jetzt müssen wir hier ausser rauf das heisst toll wäre Erde gewesen Erde haben wir keine dann nehmen wir Nederstein ist jetzt egal äh einen Axe hätte er noch gehabt nein ja rum so jetzt machen wir hier einmal den Ruf und dann nein Moment Moment ähh ähh jetzt bauen wir uns mal schnell da rüber notfalls müssen wir jetzt halt ringsherum ein Gerüst bauen um das ganze Haus damit wir es sauber herkriegen so so ähh jetzt gehen wir hier einmal schnell einen rauf jetzt bauen wir zuerst das da so 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 das geht das geht nein das geht nicht so 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 ich kann weniger weniger plaudern sonst fliege das sowieso wieder runter ich weiss es sterbe mal wieder in unserem Let's Fail mischt Ah, jetzt kann ich euch schon sagen, die Folge wird ein bisschen länger, weil jetzt starte ich hier, jetzt stelle ich hier gerne nicht ab. Äh, warum ist das jetzt passiert? Was ist da los? Äh, so. Ich will doch einfach hier die Unglötsteiger herbauen. So. Nein. Wenn es einmal rund läuft, dann kann man sicher sein, irgendetwas läuft wieder nicht rund. Äh. Jetzt können wir gleich einmal rund ums Haus. So. So. Und zwar, wir haben es doch noch eine Weile. Drum beenden wir diese Folge doch gleich einmal noch. Und wir sehen uns in unserer 54. Folge schon wieder. Danke vielmals für die Zuschaltung. Tschüss zusammen. Und zwar. So.